Der Totoku MS355i2, der in Deutschland durch die Rhein Medical GmbH vertrieben wird, ist ein 3 Megapixel Graustufenbefundungsmonitor für die Anwendungskategorien A und B. Die Auflösung von 3 Megapixeln erlaubt den Einsatz im radiologischen Bereich und ist besonders für die exakte Anzeige von Extremitäten, Schädel- und Thoraxaufnahmen geeignet. Feinstrukturen werden durch die 11,9-Bit Lookup-Table ohne Artefakte bzw. Versatzstücke angezeigt. Aus dem Bereich der Farbmonitore kennen wir die Unterteilung eines Pixels in Rot, Grün und Blau. Die im Totoku verwendete ISD-Technologie überträgt dieses Prinzip auf das Graustufenmodell. Drei verschiedene Graustufen pro Pixel sorgen somit für eine dreimal höhere Auflösung von bis zu 9 Megapixeln. Damit können 2048 Graustufen gleichzeitig dargestellt werden. Die für den Totoku Monitor empfohlene Grafikkarte übermittelt via DisplayPort-Schnittstelle ihre Bilddaten. Die Bildstabilität wird durch drei Sensoren sichergestellt. Diese prüfen ständig Umgebungslicht, Innentemperatur sowie Displayhelligkeit. Die Helligkeit liegt bei voreingestellten 410 Candela pro Quadratmeter. Die leuchtdichte Verteilung wird ab Werk optimiert. Ein automatisches Herunterdimmen der Hintergrundbeleuchtung in den Arbeitspausen sorgt für eine Verlängerung der Nutzungsdauer. Diese liegt bei mindestens 30.000 Stunden. Per Ferndiagnose kann Ihr Servicepersonal jederzeit auf die Betriebswerte wie zum Beispiel die Betriebsdauer oder die aktuelle Leistung der Hintergrundbeleuchtung Ihrer Totoku Monitore zugreifen. Rhein Medical. We make your e-health come alive.